hallo leute herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde let's play together minecraft 164 adventure schrägstrich rpg map mit glaubt oder so mit dabei die nanimits grüße dich und das hier ist kein standbild dann sieht sich die sterne ja bewegen ich habe jemanden dass die gui ausgeschalten und während sich die nanimits gerade ganz leckeres geholt hat was ich auch gerne haben möchte nämlich kekse bin ich noch ein bisschen rum gejumpt und habe hier was entdeckt danach bin ich noch ein bisschen rum geflogen also ich bin hier rum gejumpt bin hier hoch gejumpt habe gesehen auch gucken und als eine coole kiste habe reingeguckt dann bin ich ja noch ein bisschen rum geflogen weil ich mir die gegend angucken wollte während sie die kekse holen deswegen setze ich meinen game mode wieder auf 0 und dann gehen wir mal gucken ja ist zum leid dass ich das nicht aufgenommen habe wie ich doch kommen aber das war so anstrengend da hoch zu kommen dass ich es einfach nicht noch mal machen möchte hier drin ist torrens diary was wir dann uns gleich bald angucken werden jetzt versuche ich doch noch mal zu verifizieren dass ich es schaffen kann hier hoch zu kommen etwa eine etage zu hoch von etwa hey warum hat er sich jetzt nicht festgehalten die schlampe von minecraft character das war jetzt noch beklopter oh man pick 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 du bist echt verwirrt jetzt geht's nicht mehr wie habe ich das gemacht und dann kann ich umgedreht und hast dich bis darüber gesprungen hat es ja gesehen ja also man hat gesehen ich war jetzt hier auf der leiter drauf und dann bloß zur rechten zeit einfach da hoch und dann gut so weiter kicken in der uns waren das diary mit schönen mit schönen wasser klängen page one of one wir sind ganz viele striche 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 nehmen also ist so wie altes kaputtes buch so irgendwie hidden at the top of the tallest tree vielleicht so ist son hof auf doch holowood map 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 Papier guckst du dir mal selber an? Hinter dir? Und? Strange, oder? Jo. So, jetzt ist es gerade nach. Was natürlich super ist, weil... Was hier Betten sind. Hm, das stimmt. Hier ist eh niemand drin. Fuck. Ich wollte gerade einfach nur das Bett umstellen. Aber jetzt ist das Bett weg. Du hast es gehauen? Du sollst doch nicht. Ich wollte das Bett einfach zu dir stellen. Hm. Schlaf ich halt beim Schmied, wenn er ein Bett hat. Nee, hat er nicht. Und er hat hier was noch, muss er unten gehen. Kommst du woanders raus? Ich seh schon. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Hm. Ja, dann geht er ins Bett. Ah, hier sieht man noch meine ganze Aktion von vorhin. Nur, dass ich dich teleportiert habe, sieht man nicht mehr, weil ich da ausgelockt war. Danach. Weil du warst dir unsichtbar vorhin. Hm. So ist es Tag. Und. Und. Es ist sogar ein wunderbarer Tag, um ins Wasser zu fallen. Und. Wecklich zu sterben. Oh ja. Und in den Wald zu gehen und sich von Spinnen fressen zu lassen. Aha. Und zwar ohne Ausrüstung. Woher weißt du denn, dass da Spinnen sind? In dem Wald sind bei Minecraft eigentlich immer Spinnen, deswegen. Hm. Hm. Kommen sie mir mehr? Ja, gleich. Ich möchte nur mein Inventor sichern. Ja, save mal dein Inventory. Ich hab mir noch zwei Quest Tokens dabei und 20 Futter. Das wird dir erstmal reichen. Achso, du willst ja noch save. Mhm. Ich vergaß. Das innen ist noch ein Haus weiter, genau. Tempa ist innen. Wo ist Tempa? Tempa ist nicht da. Tempa ist bei Shandy, die geht fremd. Achso. Ah. Das sind die... Minecraft... Ja. Naja. Wie dem auch sei. Ich werde den Satz jetzt nicht zu Ende bringen. Ja. Das ist zum Glück überhaupt nicht penetrant, was du da machst, was auch immer du da machst. Ich hab Musik gemacht. Hm. So. Sag ich meinen Göttergatten dann auch, wenn ich in Wehen lieg? Hm. Nerven oder Musik machen? Musik. Göttliche Klänge. Ha ha ha. Oh. Was ist denn hier los? Hahaha. Okay. Ich muss mich erstmal ein bisschen umgucken. Ich muss immer... Ich habe die Eigenschaft, bei solchen Spielen immer erst dahin zu gucken, wo man nicht hin soll, weil könnte ja was versteckt sein. Und... Ich stelle... Ja, pass auf. Guck mal, ja. Redstone-Dinger. Redstone-Dinger. Redstone-Dinger? Ja, hinter den Gameholtz. Redstone-Dinger. Ja, hinter den Gameholtz. Redstone-Dinger. Der Herr. Ja. Das ist nicht hinter den Gameholtz. Das ist hinter... Den Gameholtz? Doch, doch, das stimmt schon. Ja, doch, passt. Ach ja, wusste. Jedenfalls. Gehen wir mal weiter. Wir sind scharf. Lass uns bitte leben, ich mach's nicht tot. Ne, ich mach's auch nicht tot, weil das ist bestimmt irgendwann ein Quest-Item. Ja, eben. Genauso wie der Villager, den ich da kaputt gehauen habe. Umsonst wird er nicht da gewesen sein. Das ist richtig. Hm. Ui. Das ist mal Baum. Hm. Okay. Ähm. Blätter dürfen wir auch nicht zerschlagen, ne? Ne. Hier ist ein Schild. Schild? Ein Schild. Gut. Es steht drauf, nach links, Hollowwoods West und nach rechts Hollowwoods East. Und nach links geht's nach Valiant und nach rechts geht's nach Dunestone. Warte, warte. Sollen wir nach Valiant? Dieses Hollow-Ding, das stand auf dem Buch, was du auf der Mühle gefunden hast. Ja, Hollowwoods, genau. Aber auf dem anderen Quest-Book, was wir da von Valiant bekommen haben, stand da irgendwas von Valiant oder Dunestone? Ja. Ja, wir laufen einfach mal links. Okay. Uh, uh. Das ist für die erste Spielfliege. Das ist für die erste Spielfliege. Echt. Hm. Scheiße. Hast du eigentlich ein anderes Text-Unpack drauf? Nein. Hatte ich zum Anfang, dann dachte ich mir, oh, es leckt. Machst du mal raus. Hm. Machst du genauso. Dann warst du fünf Minuten besser und dann, ja. Hm. Vielleicht weniger Chunks laden. Ich hab keinen Optifine drauf. Mal gucken. Du kannst ja in den Optionen, wie heißt das noch? Video-Settings, Render Distance, kannst du ja erinnern auf Tiny oder so. Mh. Mh. Mann, hier ist überhaupt nichts versteckt. Das ist doch blöd. Okay, auf Normal leckt's genauso. Oh fuck. Spinn-Spawner. 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 Oh fuck. Spinn-Spawner. 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 ich habe die vermutung also du bist schon weiter weiß ich nicht ich habe halt die vermutung dass hier irgendwo was versteckt ist hatte ich ja auch ein spawner versteckt so ich gehe schon mal den hauptweg ein bisschen weiter da bist du grüßen und tach hier ist überhaupt nichts versteckt für dumm was ist das für ein wald wenn ich meine truhe versteckt das hat er es ist auch gerade bei mir vielleicht ist deine leitung lecky eigentlich nicht ist ja nichts anderes hoffentlich kein creeper spawner das wäre echt scheiße in dieser map hier sieht man schon ein bisschen von der welt so voll abgehackt dafür müssen darunter ja spinn spawner oh ja sieht auch nichts aus wie versteckte sachen du solltest nicht zu wild losrennen du weißt nicht wo hier weg ist und wo hier luft weil gehen nach links mit die weit nach rechts dark rift auch nach links und weit vor nach unten haha nach links weit vor nach unten haha und zurück wir kommen aus weit vor das heißt nach hinten nicht nach unten zurück ja halt mich jetzt doch mal in den weg hättest du schwein nein bursi du bist keine steckdose wir müssen zombies bono ja wir davor ein hühnchen ich darf es ja nicht evil chicken evil schweini guck mal ich habe hier den bruder glaube nicht dass dieses schwein bei preis das heißt es wollte sich gerade töten es wohl gerade töten der hauptweg da ist also ich habe ein bisschen rum geguckt auf der linken seite aber auch nichts versteckt oder sagen wir gehen sie einfach mal den weg weiter damit wir zu der nächsten will ich komme vor der port zu ende ist ja guck mal sind das das ist wahrscheinlich das wo wir hin müssen und ich würde sagen man hat gesagt das ist dass die weinen die winde die gar nicht darüber geht auch noch ich wusste es hier ist ein ninja trainingsplatz cool das da drüben ist ja mal cool lass mich raten welchen welchen city welchen city und welchen city ist kaputt gott oh mein gott scheiß die wand dann so dann ist eine kiste ja meine kiste da holt ihr auch das noch fleischträne und misstraining note return to whiteford das wollte ich jetzt nicht drücken der knüpfe nicht gehen das hier war wahrscheinlich mal der brunnen oh ja oh man da ist tot hier sind die noch eine kiste mit brot ich gucke mir jetzt die strange not mal an und die kann ich nicht dann kann ich mir die strange noch nie angucken wird dunkel die kirche gleich immer noch so extrem wo diese schilder danger da grift ist in fest travel ist pro hibbe tut also irgendwie nicht empfohlen so da war mal die form warum sie mir leitern verstehe ich nicht ich verstehe das nicht hab deine vermutung weil da was versteckt sein könnte ja nur wenn du da runter fällt oh ja dann bist du echt im sack bin ich dafür dass es einfach nicht ausprobieren ob es aber eine shift-taste hält bringst du jetzt ich dann will ich aber zugucken ne 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 ich springe bestimmt nicht ich komme von hier was auch kaschen erhaschen ich habe schon gucken weil sie dann wie aus jetzt ist einfach nichts aber da drüben sieht es hübsch aus hübscher als hier wir kommen auch noch nicht durch okay ich würde sagen wir probieren wir den teleporter hier aus in dem haus er wird genauso nicht gehen wie die anderen so ja ja warum gehen die nicht mit dem vanila ging die auch nicht mit dem vanila server mit dem bucket gehen die genauso nicht der part ist aber auch schon wieder vorbei denn sie wird uns im nächsten ort wenn es wieder heißt let's play diese rpg mein kraft mein kraft rpg map und das ist die clouds also ähnlich ja also macht's gut bis dahin und chausen ja